Hallo Leute und willkommen beim Sparmag. Heute haben wir eine mega coole Aktion auf die wir uns tatsächlich schon sehr sehr lange freuen und das klappt jetzt endlich. Anlässlich vom großen Launch der Samsung Galaxy S9 und Galaxy S9 Plus werden wir ein Galaxy S9 an euch verlosen. Aber wir werden nicht nur dieses Galaxy S9 verlosen. Nein Technik folgt hier schieß los. Das könnte ja jeder, sondern Sparhandy gibt euch die Möglichkeit zu uns nach Bochum ins Studio zu kommen und zwar direkt, wenn ihr dieses Video, also am 9.3., das ist der Freitag, 9.3. Freitag zu uns. Da werden die Dinger ausgeliefert, für alle die vorbestellen. Für die Vorbesteller ist das der Auslieferungstag. Offizieller Marktstart ist nämlich erst der 16. Und dann könnt ihr am 9.3. zu uns nach Bochum kommen, ins Studio. Uns zuschauen. Ja, uns zuschauen, wenn ihr wollt. Und das ist ja auch eine Sache, wo wir dann als YouTuber denken, wir möchten ja auch gerne anderen YouTubern auch vor der Kamera an die Bühne geben, auch was mit denen machen, auch uns mit denen austauschen, vielleicht ein paar Tipps geben, dass wir sagen, kommt zu uns ins Studio, guckt hinter die Szenen, wie wir unseren Sparmag Talk und alles immer machen. Dreht mit uns zusammen oder von mir aus will auch alleine ein Video, wie ihr das wollt. Ihr bekommt ein S9, das dürft ihr auch behalten. Das überreichen wir euch höchstpersönlich. Das ist euers. Und ihr dürft dann Videos mit dem Ding im Studio machen, mit uns machen. Also komplettes Behind-the-Scenes-Programm. Genau. Ihr könnt eigenes Zeug da drehen. Und ganz wichtig natürlich, Bedingungen, also diejenigen, die jetzt dann gleich rufen, ja, ich möchte da mitmachen, ich möchte das gewinnen. Seid euch eintausendprozentig sicher, dass ihr an diesem Freitag, dem 9.3. wirklich Zeit habt, um nach Bochum zu kommen. Und natürlich nicht auf eigene Kosten. Das ist halt Spar-Handy. Spar-Handy, genau. Also das wird auch tatsächlich so sein, können wir schon gleich voraussagen. Also ihr müsst da nicht irgendwie zwei Tage einplanen, aber diesen einen Tag, also Anreise und dann auch wieder Abreise. Ich meine, wir wollen auch alle nach Hause irgendwann. Aber dann können wir uns noch nett unterhalten, müssen wir da keinen Stress machen und so weiter. Aber wie gesagt, einfach den 9.3. am besten den ganzen Tag Zeit haben. Es sei denn, ihr wohnt irgendwie schon in Bochum, dann reicht es vermutlich auch, wenn ihr erst Mittagzeit habt oder so. Aber wie gesagt, kommen wir jetzt auch schon zur nächsten Sache. Denn was müsst ihr machen, um teilzunehmen? Wir haben uns überlegt, wir wollen einen ausführlichen Test eines Smartphones von euch, den ihr guckt. Nein, Spaß, weil wir haben es ganz einfach gemacht. Ihr müsst einfach wie immer einen Kommentar hier unter diesem Video hinterlassen. Jetzt aber gut aufpassen. Daher erzählt ihr uns einfach mal, was macht ihr so? Also wie gesagt, wir haben ja gesagt, hier Nachwuchs-YouTuber, wie auch immer. Aber ey, jeden Alters, das sage ich dazu, das ist vollkommen egal. Was macht ihr so auf eurem Kanal? Wer seid ihr? Wo kommt ihr her? Wieso sollen wir genau euch auswählen? Überzeugt uns. Weil wir sind die Jury, wir werden dann quasi den Lucky Winner oder die glückliche Gewinnerin auslosen. Und ich glaube, das wird nicht einfach. Vor allem, das ist halt wieder die Sache, wie damals, wir hatten ja mal dieses Instagram-Gewinnspiel, wo wir lange und wirklich ausführlich, und das wird dann, wir nehmen uns auf jeden Fall, das versprechen wir. Wir nehmen uns Zeit, gucken uns das alles an. Aber von mir auch noch mal wirklich die Bitte, überlegt es euch gut. Jetzt nicht sofort Kommentar schreiben. Ihr habt Zeit. Wir haben jetzt gerade gedacht, man muss natürlich ein bisschen Tartab... Schaut auf den Kalender. Ja, wir machen jetzt nächste Woche Dienstag. Das ist der 6.3. Ja, 6.3. Dienstag. Was sagen wir da? Abends, 20 Uhr? Ja, sowas um den Dreh. Aber nicht nervös werden, wenn bis dahin noch nichts kommuniziert wird. Nee, dann müssen wir uns das in Ruhe angucken. Und wir gucken natürlich auch währenddessen schon mal. Aber Dienstag, 6.3., 20 Uhr ist Schicht. Und wir werden den Kommentar, der gewonnen hat, einfach kommentieren mit dem Sparmail-Kanal. Ja. Und dann wendet ihr euch bitte an uns. Könnt ihr ja vielleicht noch mal auf YouTube so eine private Nachricht schreiben. So, ey, das ist mein Facebook, das ist mein Twitter oder so. Hier ist meine Telefonnummer, E-Mail. Genau. Und dann connecten wir. Ja. Und dann bucht euch Spargel, die die Anreise und so weiter. Und dann bekommen wir das alles ganz easy hin. Ja. Und haben auch, sag ich mal, gut, wir wissen, das ist kurzfristig, aber das liegt halt einfach daran, dass Samsung die Dinger so schnell launcht. Richtig. Samsung haut die Dinger jetzt früher raus als, ich sag mal, hinter den Kulissen geplant. Wir kriegen es jetzt. Wir haben das Grund für diese Aktion, was wir mega cool finden. Ja, was schon, glaubt uns, das ist was schon ewig geplant wird. Ja, das war so eine Aktion, wo wir dachten, lasst uns doch mal Leute, so oder einen oder eine ins Studio hinter den Kulissen und, und, und. Und ganz ehrlich, es gibt noch ein S9. Haben wir das schon erwähnt? Und was mir noch eingefallen ist so, weil viele ja sagen so, ey, wir müssen arbeiten oder wir müssen zur Schule und so weiter. Das bekommen wir alles hin. Glaubt uns das. Also, wir drehen da wirklich den ganzen Tag und wenn ihr erst irgendwie ein bisschen später kommt, es ist alles halb so schlimm. Also, kommen wir hin. Also, es ist am nächsten Tag, am nächsten Tag das Wochenende. Ich wollte gerade sagen, da muss keiner morgens um 6 auf der Matte stehen oder sowas. Das ist auch alles zu normalen, romanen Zeiten. Also, das kriegen wir. Aber das klären wir dann alles später. Ich glaube, wir haben alles erzählt, oder? Ja, das war's jetzt. Tolle Aktion. Ich freue mich mega. Ich bin gespannt auf eure Kommentare und dann sehen wir uns am 9.3. in Bochum. Ja. Also, einer von euch und wir. Macht's. Macht's gut. Wir hoffen, ihr freut euch. Und dann bis bald. Ciao, ciao.